Oh cool, die beste Macmillan-Map. Kohle-Lager! Ne, glaube ich. Warte, warte, warte. Ist das die zweigeteilte Map? Dann ja. Ne. Ne, es ist nicht die beste Map. Ich glaube, ich habe mich da vertan. Ich bin beim Wasserturm an einem Generator. Cool, ich bin direkt neben dir. Hinterm Hügel. Wo? Naja, ich muss mal was bei Twitter verfassen, während ich hier was mache. Es ist Michael Myers. Schon wieder? Ja. Irgendeiner von euch wurde gerade gestalkt. Ja. Ich habe ein schönes Bild bei Twitter hochgeladen, was man nicht erkennen kann wegen dieser scheiß Sonnen-Einstrahlung. Okay. Was ist das für ein Name eigentlich? Ich kann das gar nicht so wirklich entziffern. Was auch nicht. Ja. Bäh. Dann irgendwas auf Krillisch. Wahrscheinlich ein Russe oder was. Oder was? Okay. Ja, Killer läuft. In die Villa. Okay, ich gehe vom Haken holen. Alles klar, ich bin in einem Generator. Warum gibt der Doof denn so schnell auf? Mann, Mann, Mann. Geh weg, Mädel. Ich verstehe halt oftmals nicht, warum die so leicht aufgeben, die Leute. Ich weiß es nicht. Auch so hart kämpfen müssen. Okay, das ist gerade an mir vorbeigelaufen. War aber in der Wand zwischen uns. Bin am nächsten Haken. Die kämpft auch. Das spielen die zusammen oder was? Vielleicht mal reingucken. Genau, lauf mir hinterher, Plöde. Fuck you, Michael. Was ist der bei dir? Nein, der ist bei mir. Der hat die Kudett wieder. Der Kudett ist mir einfach hinterher gelaufen. Ich muss mir dann auch denken, fuck you. Ja, die ist jetzt tot, weil die hat ja gekämpft. Äh, die ganze Zeit. Ja, selber schuld, ne? Ja. Hast du dem gerade eine Palette ins Gesicht gehauen? Nein. Was war wahrscheinlich die Mech? Ja. Ja. Warum mir die ganze Zeit Haarschräden im Gesicht? Sure, sure Mech. Heute habe ich dann auch kein Mitleid, ey. Na, ich habe die ganze Zeit gekämpft. Ja, richtig. Ich habe aber nur einen Generator fertig. Ja. Ich glaube, der kommt auch direkt zu mir. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mich nur erstmal ein bisschen von meinem Generator weggebracht. Oh wow, Michael, es ist tatsächlich hier. Scheiße, ich habe die ganze Zeit die Treppe geobachtet und gar nicht mitgekriegt, dass der schon hier oben war. Wo bist du denn? Ja, ah, fuck, oben im Anwesen war ich drin. Achso. Lü, lü, lü. Geh weg. Hier ist die Luke, hier ist die Luke, hier ist die Luke. Wo bist du denn? An der viergegen Hütte. Ich lasse mich jetzt darauf umhauen. Hallo? Bist du dumm? Hallo? Da, wo ich fliege. Genau hier, wo ich fliege, ist die Luke. Komm schon mal in die Nähe. Ich eile, ich fliege. Ja, er bringt mich. Genau. Er bringt mich weg. Geh einfach hin. Er weiß, wo die Luke ist. Stell dich einfach davor. Ähm, noch nicht davor, schnell. So, geh einfach da aus, muss ich jetzt gleich gehen. Er geht zurück zur Luke, denke ich mir jetzt einfach mal. Soll ich dich vermarken holen? Nein, nein, er steht. Läuft, vier Prozent. Vier Prozent. Geh zur Luke. Geh zur Luke. Geh zur Luke. Was ein Lacker, du bist. Wie Lacker? Vier Prozent, Digga. Ah, fuck you. Geh, geh da hin. Wo ist hier die Luke? Links, links, von dir. Links, 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 links. Ach, da. Ich stehe direkt drauf. Schau auf, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich lasse mich direkt töten. Er kommt, er kommt zu dir, denke ich mal. Denkt an keinen übereilten Handlungen. Bin raus. Sehr, sehr geil. Boah, das war eine coole Runde. GG, yo. Ja. Ah, verdammt, ich konnte nichts endeschreiben. Egal, 1,20.000 Punkte gemacht. Ja. Eieiei. Ich habe nur... Moment, ich habe nur 12.000. Ja, ich habe halt auch den Kuchen, ne? Ah ja, du hast den Kuchen, richtig. Genau. Ja, ich habe, als hier, na der Kuchen. Ja, ich habe schon mal Verkehr. Vielen Dank.